aber natürlich hier erst mal noch um die woher dann haben wir das ganze mal erweitert so gut dann nehme ich baue ich für das hier bei 2 1 auch ich so in der schon ist Schluss so hilft ja nicht so musst du leider wieder zurück und Holz holen so mir tut es leid ihr kriegt mal wieder so einen Stopp nicht dass ihr mir zu viel fresst haben wir uns da verstanden so oder zu viel sauft aber für das habe ich die den Antrag zu spät gestellt fürs weniger Saufen so zink zink schon haben wir wieder zwei Teeplantagen so dann dürfte das auch bald wieder laufen so wo bleibt denn mein Schiff vor allem wo bleibt mein Holz mal gucken ob ich die 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 Zentriffe gut äh die kann ich bauen so Energieversorgung mangelhaft ja war klar so deswegen machen wir hier so Dingens her so Weg gleich mal so ich brauche Strom Strom brauche ich kann mir jemand etwas Strom borgen so die Luft wäre vorhanden da so mir Strom borgt so sieben Holz wegen sieben Holz brauche ich dann eigentlich nicht loskarren das ist mir zu wenig da brauche ich mehr dass ich hier schon mal was gescheites anfangen kann dauert leider immer ein bisschen bis ich das Holz hab so kommt so genau so geht's aber natürlich danke für den Einfluss so jetzt nehmen wir hier das Holz mit alles was geht immer noch ein paar Bauzellen mit ein paar Werkzeuge so vielleicht machen wir uns gleich noch ein Kontor auf so jetzt müssen wir wieder warten bis das Schiff hier antugert tugert 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 die Kooperative ist dermaßen gewachsen was dagegen wenn wir auf eine weitere Insel ausweichen lasse ich lasse gleich ein ja mach doch so mach doch wenn es dir auf eine andere Insel willst so hier lagere ich mal das Holz ein hier fahre ich schon mal rüber und setze ein Kontor nicht dass ich sie äh sie die sind mir hier auf E-Fast-Hops so mir geht es da rein ums Gemüse so aber Gemüse könnte ich hier auch produzieren aber für das brauchte ich mal wieder Holz aber hab ich ja nicht so so dann muss ich natürlich hier mal ausbauen damit die bald mal Nudeln kriegen also ich brauch den hier sink sink dann eine Straße wieder so hier rüber so passt es sobald du läufst nur auf 18% das ist ja mehr oder weniger hervorragend so natürlich muss ich zu meiner Handelsroute also Handelsroute so hier auch noch runterfahren hier wird eingeladen und zwar und zwar wo ist es denn wo ist es denn äh Nudeln so hier wird es ausgeladen die Nudeln so schließen dürfte das schon mal ein bisschen besser hinhauen natürlich muss ich hier die Gemüseproduktion ein bisschen ankurbeln aber nur ein bisschen viel braucht es ja da nicht an Gemüse aber jedenfalls brauche ich ein neues Kontor so oder zwei hat ja keiner was dagegen und dann machen wir natürlich hier gleich weiter mit dem Salat so ich kann ja gleich so viel mehr Salat machen ach so Bauzellen fehlen mir hier ist ja das wenigere Problem hat kleinere Übel sagen wir mal so so aber auf jeden Fall brauche ich mal mein Schiff in Bereitschaft so was das hier auch was wird so gibt Gummi hier derweilen können unsere Mitbürger mal tiefer in die Tasche greifen für die ganzen Sachen und sofort brennt es ich werde nicht mehr Spiel gespeichert danke so hoffentlich passt es so so fährt es rüber Feuergefahr eliminiert so perfekt passt doch so muss das laufen so dann mache ich nur ach so ich wollte steuern anheben so und ihr natürlich auch ihr kommt aus dieser Steuerreform genauso wenig raus so dann greifen wir mal wieder tief in die Trickkiste nehmen Holz mit ein paar Bauzellen ein paar Werkzeuge so dann geht es hier rüber so dürfte ja mittlerweile hinhauen so 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 dann darf ich mal wieder frisch ans Werk gehen Energieversorgung mangelhaft ja interessiert mich nicht so zink zink und zink so und natürlich brauche ich irgendwie Strassen jede Menge Strassen und natürlich Strom Strom sind da eh unsere ersten Windräder auf dieser Insel so schon ist wieder alles paletti so fahren wir hier rüber hä hä muss ich jetzt hier wirklich upgraden geht ja nicht so wenig Werkzeuge ich könnte hier auch eine Direktverbindung starten so dürfte das schon mal besser funktionieren wir werden die Wege natürlich schon ziemlich lang lange Wege sind da hier der Tod mehr oder weniger oder zumindest nicht vom Vorteil aber das kriegen wir ja auch im Griff so ist ja nicht so wie sieht es denn aus haben wir hier schon Nudeln haben wir noch keine wo ist unser zweites Schiff hier nicht nö ah hier fährt es vorbei eh bleibst du hier äh hallo wieso hast du keine Nudeln dabei achso an diesem guten punkt werden 1000 eingeladen eingeladen hm wieso hast du hast du keine nudeln dabei wirst du mir das sagen achso scheiße scheiße terra nova genau terra nova wir machen hier eine fernsehsendung noch ist klar terra nova leck mich am arsch nee nee ich weiß zwar nicht was terra nova heißt aber wird sicherlich in der übersetzung doch recht normal sein so dann können wir natürlich da schon mal 40 von denen einladen 10 von denen 40 Bauzellen und 30 Werkzeuge kann man es hier runter bringen das brauchen wir hier ja auch bald wenn wir hier die Molke Drinks machen wollen machen müssen so sieht es denn hier mit dem Warenkreislauf aus ja sieht relativ akzeptabel aus so da schicke ich mal zwei Pause das muss mal kurz so communicator könnte ich zur noch mehr produzieren produzieren aber nicht provozieren so jetzt brauche ich einen solchen genau einer der nichts zu tun hat dem drücke ich mal die pasta scheiße aufs auge so wie sieht's denn aus ist immer noch nicht richtig im ansteigen 26 salarköpfe ist ja doch ein bisschen was so das schiff ist auch schon unten so alles ausgeladen paar bauzellen die kann ich hier auch abladen ist ja nicht unbedingt verkehrt dass ich hier bauzellen abladen so wie sieht's jetzt eigentlich hier mit der nudelproduktion aus 3 so wo ist mein schiff ist es so 12 nudeln wieso kein obst oder gemüse ah das holt er jetzt die leute sind außer sich du musst jetzt handeln äh muss ich das muss auf 5 muss ich die Ökobilanz bringen hab doch Vollmeise oder aber ne totale Vollmeise hab doch nen Baustopp achso die wollen nicht weil aha ich sie terrorisiere mehr oder weniger so dann mach ich halt mal ein bisschen was für die Ökobilanz so ach scheiße dahin und hierher so bringt's genug schaut nicht so aus war ja fast noch eins Energieversorgung mangelhaft das war mir klar das war so klar ihr macht ja das nur um mich zu ärgern rein deswegen macht ihr es